Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Randall's Monday. Wir sind in der letzten Folge hier auf der Sci-Fi Con angekommen und haben bei Charlie den Ring gefunden, das Objekt unserer Begierde. Er will es uns aber nicht geben, weil wir mehr Kohle brauchen. Und ich denke mehr Kohle bekommen wir, indem wir die Shirts an Mel verkaufen und dann eventuell zum Amazon Express gehen und sagen, wir haben das Paket ausgeliefert, vielleicht kriegen wir dann einen Lohnvorschuss oder so. Und ich glaube, wir müssen noch irgendwas mit Mortimers Zimmer machen, denn wir haben in der letzten Episode mit Mortimer, der sich hier vorne in der Sci-Fi Con bewegt, haben wir zu ihm gesagt, dass er sein Zimmer doch offen stehen lassen hat oder irgendwie sowas. Und ich weiß den genauen Wortlaut des Satzes nicht mehr, aber es klang auf jeden Fall so, als sollten wir nochmal in Randalls Wohnung und dort schauen, was wir da finden können. So, aber erstmal gucken wir hier weiter. Können wir den benutzen oder so? Ich nehme das Scheißschild nicht mit. Ja, bleib doch mal ganz ruhig. Da sind sicher ganz tolle Sachen drin, aber ich will es nicht riskieren. Die würde ich erst benutzen, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht. Ich will nicht mit einem Objekt reden. Ja, ich dachte, da ist vielleicht jemand drin oder so. Muss ich mal kurz die Captain Red Poster... Da drüben ist Captain Red, der mit dem roten Anzug und der blauen Kappe. Können wir das mitnehmen? Da drüben ist Captain Red, der mit dem roten Anzug und der blauen Kappe. Okay, radioaktive Paintball Pistole, blaue Kappe... Die Captain Uniform in rot. Da beim Amazon Express ist doch der Typ davor, der den Hydranten anmalt mit roter Farbe und fixiert. Eventuell müssen wir irgendwo einen roten Anzug besorgen und den tunken wir dann in seine Farbe hinein. Vielleicht brauchen wir das für irgendwas noch. Na gut. Okay, wir nehmen das mit. Space Nerd. Hier sind bloß die Comics, der Ring, wieder Comics. Charlie, mit dem haben wir geredet, nur ein Schild. Reden wir nochmal mit dem Typen. Was stimmt bloß mit diesen Leuten nicht? Oh, ich hate... Ne, das hat er schon in der letzten Episode gesagt, dass er mit diesen Leuten nicht redet. Die ist für mich nämlich gerade eben gewesen. Okay, hier ist Mordzimmer für alle, die in der letzten Episode nicht dabei waren. Und ich würde sagen, die T-Shirts verkaufen wir an Mel. Sowas will doch keiner. Was? Irgendjemand scheint es her zu wollen. Haben wir irgendwas Nerdiges? Die Polizisten-Puppe? Hast du Interesse an dieser Figur? Nicht im Gerechsten. Hau ab mit dem Müll. Oder müssen wir die Puppe, weil sie ja einen Anzug an hat, in die rote Farbe tunken? Ich weiß es noch nicht genau. Mal gucken, was dabei rauskommt. Wir haben ansonsten nichts Nerdiges im Moment. Vielleicht das Radio, aber ich glaube es auch nicht. Das gebe ich nicht ohne guten Grund weg. Okay, das brauchen wir anscheinend für später nochmal irgendwann. Aber der restliche Kram ist eigentlich unwichtig. Was macht ihr mit den T-Shirts? Willst du ein T-Shirt? Hey Gordon, willst du dich nicht für immer an den Tag erinnern, an dem du hergekommen bist und dich zum Idioten gemacht hast? Wenn ja, brauchst du dringend eins von diesen Shirts. Was, du magst die nicht? Komm schon, die sind echt lustig. Okay, verstehe ich. Dr. Freeman spricht nicht. Was? Nein, nein, ich war nur in Gedanken. Oh, worüber hast du denn nachgedacht? Ich hab versucht, die ungefähre Anzahl der Leute zu berechnen, die die Scheiße aus mir rausprügeln würden, wenn ich jemals so ein Shirt an hätte. Ich fürchte, das Risiko wäre es nicht wert. Echt? Du gehst doch mit diesem Kostüm schon hohes Grundrisiko ein. Ja, so ist das halt. Aber mit dem Shirt benutzen sie dann vielleicht auch Messer. Das Risiko gehe ich nicht ein. Hm, macht Sinn. Können wir die generell verteilen? Sowas will doch keiner. Wahrscheinlich echt nur an die Leute, die sich hier mit den Kostümen rumplagen. hätte ich beinahe gesagt. Du? Hey, wenn das nicht der letzte Sohn Kryptons ist. Der einzig wahre. Hier, ein Gratisshirt für dich, Kryptonia. Nicht so eilig, Freud. Was steht denn drauf? Da steht drauf, ich war auf der Sci-Fi-Con und bin nicht mal Jungfrau. Ach, strein. Damit werden die Leute endlich nicht mehr denken, dass ich nur ein dummer Nerd bin. Das kannst du nicht sagen, während du dieses Kostüm trägst, Alter. Das geht einfach nicht. Keine Sorge, das ziehe ich zu dem Swarm-Thing-Kostüm an. Großartige Idee, das ändert alles. Hier ist dein Shirt. Metropolis Kid, dank dir, mein Freund. Was kann ich als Gegenleistung für dich tun? Naja, ich hab ein wenig Angst vor dem, was du tun könntest, ehrlich gesagt. Keine Sorge, Mann. Willst du vielleicht ein schönes Paar Nunchakos? Ähm, seit wann benutzt der Mann aus Stahl denn Nunchakos? Willst du sie oder nicht? Ja, ich will sie. Na dann, hier, bitte. Oh, aber das ist doch nur ne scheiß Angel. So sehen halt die Nunchakos auf Krypton aus, okay? Naja, wie auch immer, Kumpel. Danke und jetzt hau ab. Wir haben ne Angel bekommen. Ich glaub immer noch nicht, dass das Nunchakos sind. Das können wir vielleicht vom Amazon Express, da ist doch so ein Gang runter in die Kanalisation. Eventuell können wir dort irgendwas rausangeln. Oh, ich hab schon Ideen. Wir haben immer noch T-Shirts. Mortimer. So was will doch keiner. Mortimer will das nicht. Hey, Alter. Willst du ein Convention Shirt? Sind doch gratis. Ich will ja dein Ego nicht zerschmettern, aber das ist nicht das erste Mal, dass mir heute ein Shirt angeboten wird. Hm, okay. Du willst also keins. Das steht drauf, ich war auf der... Hör zu, mein Freund. Such in deinem Paket nach meinem Shirt. Es ist das, auf dem böser schwarzer Mann steht. Was? Sag noch einmal was. Sag noch einmal was. Ich warne dich, ich warne dich doppelt, du kleiner Schwanzlutscher. Alter, ich... So ein Shirt habe ich nicht. Es tut mir leid. Wir... Wir sehen uns dann, Alter. Ich esse keine dreckigen Viecher. Ja, schon klar. Eine der berühmtesten Szenen aus Pulp Fiction war das gerade. Wow. Du hast Stil, mein Freund. Würdest du gern noch mehr davon haben? Es fällt mir schwer, das zu glauben. Niemand hat mehr Stil als Alex. Oh, da täuscht du dich, Kumpel. Alex würde noch stylischer in einem von diesen Babys aussehen. Ich würde lieber Milch mit abgelaufenem Drenkrom trinken, als den Scheiß zu tragen. Was auch immer. Wusste, dass mit dir reden reine Zeitverschwendung ist. Zeitverschwendung? Nein. Ich inspiriere Leute, schlechte Dinge zu tun. Wie geht's, Travis? Willst du eins von diesen coolen T-Shirts? Wer ist Travis? Wer ist Travis? Lass mich raten. Das ist ein Taxi-Driver-Kostüm, oder? Natürlich. Ich hab niemals den Film gesehen, aber das Outfit gefällt mir. Mit dir werde ich nie wieder reden. Und ein Shirt kriegst du jetzt auch nicht. Aber ich... Du bist Abschaum. Auf nimmerwiedersehen. Okay, ich probiere es hier hinten nochmal. Eventuell können wir Charlie und dem Darth Vader-Typen nochmal ein Shirt schenken. Denn wenn der uns eine Angel geschenkt hat und wir haben ja noch Shirts, dann kriegen wir vielleicht noch mehr zurück. Lord Vader. Commander. Das Shirt des Imperators, welches er anlässlich des Geburtstags seiner Katze geordert hat, ist angekommen. Excellent. Nun kann ihn nichts mehr aufhalten. Beeindruckend. Sehr beeindruckend. Die gesamte Galaxie wird vor uns auf die Knie sinken. Ja, Alter. Genug von dem Weltraum-Scheiß. Sie haben mich zum letzten Mal enttäuscht, Admiral. Vorher hast du mich noch Commander genannt. Wurde ich zwischendurch gefördert? Ähm... Und übrigens, wenn dieses Track Wars Ding echt ist, dann sollte es dich gar nicht geben, oder? Ähm... Nein, nein, nein. Jetzt kein Rückzieher machen und erst recht kein Thema wechseln. Äh... Äh... Also... Wenn du aufhörst, Fragen zu stellen, bekommst du... Süßigkeiten. Süßigkeiten von einem Fremden? Hm... Das hab ich nicht mehr gemacht, seit ich klein war. Aber okay. Ich tu alles, um diesen Widerspruch in der Story hinter mich zu bringen. Schließ dich mir an und wir werden die Galaxie beherrschen. Als Vater und Sohn. Heute passt mir das so gar nicht, aber vielleicht können wir ein anderer mal als Vater und Sohn herrschen. Wie gefallen eigentlich Anakin diese tollen Shirts? Dieser Name hat keine Bedeutung mehr für mich. Verstehe. Und dem Kostüm nach zu urteilen, wirst du dem Spruch auf dem Shirt wohl nicht gerecht. Aber hey, hör nicht auf, nach den Sternen zu greifen, okay? Wenn du es unbedingt wissen willst, ich hab ne Freundin. Cyberfreundin? Gibt's noch andere? Naja, in dem Fall geb ich dir drei. Eins für dich, eins für deine Cyberfreundin und noch eins für deine Roboterfreundin. Davon hast du ja sicher auch eine, hm? Touché. Dachte ich mir. Oh Gott. Hey, mal nicht so wertend. Ich studiere Technische Informatik und mein Vater ist Mechaniker. Was soll ich den Sommer über denn sonst machen? Schon okay, Mann. Ich urteile nicht. Hier sind deine Shirts. Hat er jetzt alle Shirts? Ne, wir haben immer noch welche, aber was hat er hier? Eukalyptusbonbon. Das müssen wir bestimmt mit nem Koala anwenden. Sowas will doch keiner. Wir haben aber immer noch T-Shirts. Können wir das? Eier? Die nehm ich nicht mit. Könnte gewährlich sein. Was sind das für riesige Eier? That's what she said. Okay. Hab ich allen jetzt so ein Shirt angeboten? Da hat er gesagt, das will doch keiner. Ich glaube schon. Wir haben immer noch welche. Nicht, dass ich irgendjemand vergessen habe. Ich gucke nochmal schnell hinten. Bei Charlie wollte er nicht. Oder? Sowas will doch keiner. Genau. Bei dem hier. Das ist mehr als genug. Okay. Den habe ich genommen. Bei dem auch. Bei dem auch. Gordon Freeman auch. Hier hat er gesagt, das wird keiner. Genau. Der wollte auch nicht. Sowas will doch keiner. Genau, bei Mortimer wollte er, glaube ich, auch nicht. Ich probiere es trotzdem nochmal. Sowas will doch. Okay. Und der hat, glaube ich, eins genommen. Das ist mehr als genug. Okay. Dann brauchen wir die Shirts wahrscheinlich für irgendwas anderes. Oh, kommen wir nicht hier raus? Huh. Marty, ich brauche deine Hilfe. Klar, Doc. Was ist das Problem? Doc Brown. Sekunde mal. Dein Name ist nicht Marty. Wer zur Hölle bist du? Die Frage ist nicht, wo sind wir, sondern wann sind wir? Das war gar nicht die Frage. Ich fragte, wer zur Hölle bist du? Ich kann dir keine Details verraten, Marty. Die Konsequenzen könnten katastrophal sein. Okay, jetzt habe ich echt Schiss. Was geht denn hier vor? Die Libyer sind hinter mir her, Marty. Libyische Terroristen. Libyer? Wow. Das ist hart, Doc. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hier, nimm das. Äh, Sekunde mal, Kumpel. Ist das wirklich, was ich denke? Wenn du dachtest, Plutonium, dann ja. Alter, spinnst du? Ich hab nur mitgespielt, weil's irgendwie lustig war. Aber das schlepp ich sicher nicht mit mir rum, du Irrer. Du verstehst nicht. Es geht um deine Kinder, Marty. Du musst etwas wegen deiner Kinder unternehmen. Meine Kinder? Okay, ich weiß nicht, ob ich in diesem Paralleluniversum Vater bin oder so, aber das hier fängt an, mir Angst zu machen. Wenn ich deinen scheiß Plutoniumstab mitnehme, lässt du mich dann endlich in Ruhe? Klar. Wir sehen uns dann in 30 Jahren, schätze ich. Hm, nicht, wenn ich's verhindern kann, Doc. Ach, wie cool. Wieder eine Zurück-in-die-Zukunft-Einspielung. Okay, ich probiere mal, ob wir das Pfefferminzbonbon... Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's mal mit einer Pause vom Spiel? Ey, das ist ein Koala, der steht auf Eukalyptus. Ist das echt ein Plutonium-Brennstab? Ein Plutonium-Brennstab. Haben wir irgendwo einen DeLorean gesehen? Wir hatten einen beim Comic-Buchladen, allerdings war das nur ein Modell, was wir nicht anfingern konnten. Das stand nur im Vordergrund rum. Blödsinn. Ich dachte, das kann man einbauen. Plutonium. Hm. So was will doch keiner. Na gut. Vielleicht müssen wir noch irgendwo anders ein T-Shirt verschenken oder sowas. Was machen wir denn zuerst? Wollen wir zuerst mal bei der Kanalisation gucken, ob wir da wirklich was rausangeln können? Oh, wie süß. Immer noch ein Fremder? Sci-Fi-Con, Metz-Wohnung. Dort sind ja die Polizisten. Dort müssen wir wahrscheinlich nicht hin. Wir waren noch gar nicht beim Psychiater in der Praxis. Fällt mir auch gerade ein. Ich überlege bloß gerade, wir brauchen ja Kohle. Deshalb wollte ich eigentlich zum Amazon Express und... Wir brauchen irgendwoher noch einen Anzug, damit wir den dort rot färben können. Oder ich würde sagen, wir gehen erst mal hier hin. Dort versuche ich... Denk dran, du änderst dauernd die Zukunft. Niemand wird sich an die letzte Episode erinnern, außer dir und dem Obdachlosen. Okay, hier könnte ich probieren, ob ich denn wirklich einen Anzug brauche oder ob ich die Polizistenfigur da reintunken kann. Jetzt trägt er einen schicken roten Anzug. Sehr cool. Jetzt sieht er jetzt so Finger... äh, Figur mit Umhang. Oh Gott. Zum Verwechseln dem hier ähnlich... Das wird nicht klappen. Okay, der hat einen roten Anzug. Wir brauchen... Der hat auch eine Mütze. Moment. Eine blaue Kappe. Brauchen wir jetzt irgendwoher noch blaue Farbe? Und der braucht eine Paintball-Pistole. Aber wo kriegen wir denn so eine kleine Paintball-Pistole her? Hm. Also brauchen wir keinen echten Anzug, sondern bauen die Figur nach? Eventuell können wir die Captain Red-Figur dann gegen den Ring tauschen und brauchen gar kein Geld. So. Dann machen wir mal das nächste. Ich wollte hier angeln. Da drin gibt es sicher keinen guten Fang. Aber wir können auch nicht so runtergehen, oder? Äh, nein. Was sehen wir? Wer weiß schon, welche Gefahren unten in den finsteren Abwässerkanälen dauern. Killer-Krokodile, notierte Schildkröten? Tja. Wir werden es wohl nie erfahren. Die Ninja-Turtles. Hm. Können wir das vielleicht als... Jetzt habe ich einen Köder mit Eukalyptus-Geschmack an der Angel. Genau. Als Köder und jetzt hier angeln? Da drin gibt es sicher keinen guten Fang. Ich bin ja immer noch davon überzeugt, dass wir den Koala irgendwie mit dem Ding hier locken müssen. Hätten wir auch... Das macht keinen Sinn. Okay, ich wollte bloß gucken, ob wir die Köder austauschen können. Hm. Das muss ich doch nicht aufgabeln. Der ist leider völlig unbrauchbar. Der hilft mir nicht mehr weiter. Aber der kann nicht völlig unbrauchbar sein, ansonsten hätten wir den nicht mehr im Inventar. Eine kleine Paintball-Pistole. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Hm. Wir haben den Lieferschein auch nicht mehr. Wir haben allerdings T-Shirts. Können wir dem Typen hier ein T-Shirt andrehen? Sowas will doch keiner. Oder dir? Sowas will doch keiner. Na gut. Der ist immer noch beschäftigt mit seinem Katalog. Und wir können ja... Können wir die mitnehmen? Ich nehme doch nicht die Päckchen weg. Wer weiß, was da drin ist. Das hätten wir ja nachgucken können. Wir sollten ihn nicht weiter stören. Er hat seinen blöden Katalog wieder. Und er ist sehr glücklich damit. Okay. Es tut mir leid, Wilson. Hm. Hier hin können wir auch nicht rein. Okay. Ich habe gedacht, der gibt uns jetzt schon mal irgendeinen Vor-Vordingsbums, was Geld angeht. Ich glaube, wie schon gesagt, immer noch, wir müssen in Koala angeln. Wo kriegen wir jetzt noch Kohle her? Ich wollte ja zum Psychiater. Was hatte ich noch auf der Karte gesehen? Ich erinnere mich gar nicht mehr so genau. Genau. Zum Psychiater. Zur Clayton Spa. Also war das Charlie übrigens, der im Hintergrund das letzte Mal gesessen hat und so gemieft hat oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall so grünes Zeug. Genau. Wir wollten ja auch zur Bar, weil die Polizisten gesagt haben, dass da letzte Nacht jemand gestorben ist. Ich würde sagen, wir gehen da erst mal hin und gucken. Bogenschützen sind sehr effektiv auf lange Distanzen, aber schwache Nahkampf. Können wir uns in Koala angeln? Ich denke nicht, dass das klappt. Hier hat sich auch nichts geändert, nur dass die Poster anders sind. Müllcontainer, Bananenschale. Die können wir doch bestimmt auch noch für irgendwas verwenden. Fass ich nicht an. Hm. Okay, jetzt sehe ich es sozusagen. Dem geht es doch gut. Wer wurde dann hier geklaut? Es sollte wohl klar geworden sein, dass Pater Roy nicht der gesprächigste ist. Okay, ich dachte, es hat sich irgendwas verändert jetzt in der Zwischenzeit. Ich gehe nochmal auf den Toiletten gucken. Aber hier hat sich auch nicht wirklich was verändert. Wir können uns auch immer noch kein Kondom ziehen, oder? Moment. Ich denke nicht, dass das klappt. Ich dachte, man kann das Bonbon quasi als Münze benutzen. Hätte es dann hier reingeworfen, hätte ein Kondom gekriegt und hätte die Münze wieder rausziehen können. Das hätten wir auch direkt beim Kaugummiautomaten mal probieren können neben Bob. Aber ich denke, wenn es beim Kaugummiautomaten klappen würde, würde es auch hier klappen. Hm, können wir im Klo angeln? Ich denke nicht, dass das klappt. Hm. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe jetzt hier gedacht, dass der Padre weg ist. Aber wir scheinen hier nicht richtig zu sein. Und was hat es mit dieser Kiste auf sich, in die wir reinspringen können? Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Psychiater. Wenn du jemals festhängst oder eingesperrt wirst, denk dran, es gibt immer einen Ausweg. Der Schlüssel zur Flucht ist immer in deinem Inventar. So. Hier ist ja nichts mehr drin, würde ich sagen. Wie sieht es denn beim Psychiater aus? Können wir da jetzt rein? Okay, also, ich nehme mal Charlies Rat an. Ich brauche die Meinung eines Seelenklempners. Vielleicht kann ich durch den die Situation aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Oder er kann mir sogar beweisen, dass nichts hier von echt ist und dass das alles nur in meinem Kopf passiert. Guten Morgen, Miss. Wunderschönen guten Tag, Sir. Okay, der geht an Sie. Ich würde gern den Doktor sehen. Tut mir leid, Sir. Aber Dr. Johnson ist ein vielbeschäftigter Mann. Alle Termine heute sind schon voll. Könnten Sie eine Ausnahme machen? Ich bin ein alter College-Freund. Sie sind Arzt? Ist das nicht offensichtlich? Und Sie beide sind auf dieselbe Uni gegangen. Wie ist das denn möglich? Er ist viel älter als Sie. Ich habe einen sehr hohen IQ. Habe meinen Abschluss schon mit 8 gemacht. Tja, ich hatte zwei Hauptfächer Psychopathologie und Schönheitschirurgie. Ich arbeite viel an mir selbst. Ich war lange im Kälteschlaf. Was haben Sie... Ah, wir nehmen das ja. Tja, ich hatte zwei Hauptfächer Psychopathologie und Schönheitschirurgie. Ich arbeite viel an mir selbst. Und Ihr Name ist? Hauser. Dr. Doogie Hauser. Tut mir leid, Dr. Hauser. Ihr Name ist nicht auf Dr. Johnsons unvorhergesehene Besucherliste. Also kann ich da nichts machen. Aber ich kann Ihnen einen Termin für morgen früh geben, wenn Sie möchten. Wissen Sie, morgen passt mir gar nicht. Mittwoch vielleicht. Das ist noch schlechter. Können Sie mich nicht heute noch irgendwie reinquetschen? Tut mir leid, Sir. Das ist unmöglich. Kennt Ihr die Serie Doogie Hauser noch? Der hat damals, der Schauspieler, ich weiß leider nicht, wie er im Real Life heißt, der Schauspieler von Barney Stinson hat da als kleiner Junge, na gut, so klein war er auch nicht mehr, als Teenager, einen Arzt tatsächlich gespielt. Das ist schon furchtbar lange her. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Sagen Sie sowas nicht. Nichts ist unmöglich. Wissen Sie nicht mehr? Okay, wie wäre es damit? Ich komme bis an die Zähne bewaffnet wieder, nehme alle Leute hier als Geiseln. Wie in diesem Film. Können Sie mir dann einen Termin geben? Sie verstehen das nicht. Ich habe die schlimmste seelische Krise aller Zeiten. Sie verstehen das nicht. Ich habe die schlimmste seelische Krise aller Zeiten. Bitte, Dr. Hauser, beruhigen Sie sich. Ich muss den Doktor nur für einen Moment sprechen. Merken Sie denn nicht, wie instabil ich bin? Das sehe ich durchaus. Und ich muss Sie bitten, ruhig zu bleiben. Soll ich Ihnen für morgen einen Termin geben oder nicht? Herr Gott, nochmal, ich kann morgen nicht. Ich bin in einer Zeitschleife gefangen. Verstehen Sie das nicht? Na gut, dann eben Freitag. Ich weiß nicht, warum ich hergekommen bin. Peace out. Schönen Tag noch, Sir. Okay, wenn er so sagt, Peace out, würde ich sagen, sind das hier eigentlich Frisuren oder sind das Blumen mit Stöckern drin? Aber wenn ich den Kollegen hier drüben so sehe, könnten es auch Frisuren sein. Wie dem auch sei, liebe Leute, ich würde sagen, wir sind acht Minuten drüber über die Folgenlänge. Wir machen an der Stelle mal eine kleine Pause. Und ich lege in wenigen Minuten mit der neuen Episode von Let's Play Reynolds Monday wieder los. Bis morgen. Tschüüüü.